Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Um die theoretische Führerscheinprüfung bestehen zu können, musst du gewisse Faustformeln können. Davon werden dann ein paar in der Prüfung abgefragt. Es sind fünf Stück und ich zeige dir jetzt, welche das sind und auf was du genau achten musst. Die erste Faustformel, die in der Prüfung drankommen kann, ist die Formel für den Reaktionsweg. Die Frage könnte zum Beispiel lauten, Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Also stell dir vor, du fährst auf einer Straße, einer Landstraße zum Beispiel mit 100 Stundenkilometer und es rennt zum Beispiel ein Tier auf die Straße. So, jetzt entschließt du dich zum Bremsen und der Zeitpunkt vom Erkennen des Tieres bis zum Eintreten der Bremswirkung, also bis dein Fuß wirklich auf der Bremse ist, vergeht eine gewisse Zeit. Das ist die Reaktionszeit und der Weg, den du in dieser Zeit zurücklegst, ist der Reaktionsweg. Und den musst du ausrechnen können, und zwar nimmst du die gefahrene Geschwindigkeit, also 100 Stundenkilometer, teilst sie durch 10 und nimmst das Ergebnis mal 3. Also sprich 100 durch 10 sind 10 und dann mal 3 wären 30. Also du würdest praktisch bei 100 Stundenkilometer ein Reaktionsweg von 30 Metern haben. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Okay, bei der zweiten Faustformel wird nach dem Bremsweg gefragt. Das ist praktisch die zweite Formel, die du können musst. Und zwar bist du jetzt mit dem Fuß auf der Bremse und beginnst die Bremsung. Hier in dem Fall sind es 50 Stundenkilometer, also zum Beispiel innerorts. Vor dir schaltet die Ampel von grün um auf rot und du führst eine Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg? Und da nimmst du die 50 kmh, teilst sie wieder durch 10 und nimmst dann nochmal die 50 kmh und teilst sie wieder durch 10. Und dann kommen wir auf 25 Meter, die wir für eine normale Bremsung benötigen. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Also bei der dritten Formel wird praktisch der Reaktionsweg und der Bremsweg zusammengenommen und damit erhältst du den Anhalteweg. Also die erste Formel, die wir brauchen, Reaktionsweg aus 100, also sprich 100 geteilt durch 10 mal 3 werden 30 und der Bremsweg aus 100, das wären 100 geteilt durch 10 mal 100 geteilt durch 10, werden auch 100 und jetzt nehmen wir beides zusammen, also Reaktionsweg und Bremsweg und haben dann einen Anhalteweg von 130 Metern. Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen? Manchmal kann es vorkommen, dass du das richtige Ergebnis auch einfach nur ankreuzen musst. Wir hatten ja vorhin die Formel, Bremsweg bei einer normalen Bremsung, also wenn du auf eine rote Ampel zum Beispiel zu bremst und hier wird gefragt, Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung, also wenn zum Beispiel ein Kind auf die Straße springt. Rechnen wir das Ganze mal aus, sagen wir mal 50 kmh, du fährst 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10, dann hätten wir einen Bremsweg bei einer normalen Bremsung von 25 Metern. Allerdings bei einer Gefahrenbremsung teilst du das Ergebnis einfach noch einmal durch 2. Also sprich die 25 Meter, die wir ausgerechnet haben, durch 2 und dann kommen wir auf 12,5 Meter Bremsweg aus 50 kmh bei einer Gefahrenbremsung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonnier auch den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und wenn du noch weitere Hilfe benötigst bei deinen Theoriefragen, dann schau doch mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir einen Link eingeführt, da kommst du direkt zu meinem Videokurs, da erkläre ich dir die Fragen für deine theoretische Führerscheinprüfung und falls du noch weitere Hilfe benötigst, habe ich auch ein Hörbuch mit den Fragen, die in der Theorieprüfung auf dich warten. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!